Hallöchen Leute meine lieben Leute und herzlich willkommen wieder bei BollerLands 2 und ja, mal sehen, ja, was machen wir heute, was habe ich da, ach, ich hoffe ich kann auch, ne doch, haben wir was anderes, muss es werden, dort gehen, aber wo ist das, das ist auch einer, klar, jetzt mit 47% mehr als 26% ohne Fälle pro Jahr, so, und ja, 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 laber nicht, du kleinen Arsch, Nitro Ja, so, da haben wir Yeah, runter, und Leute, ich wundere sich nicht, vielleicht würde, wenn ich heute reden, nächsten Folgen, nicht diese Folge, nächsten Folgen, weil ich will heute, so, zwei Stunden noch BollerLands aufnehmen, Also, mein Mann hatte ich keinen Text, äh, schon, im Verhältnis, keine Ahnung, was soll ich weiterreden, ja, das wollte ich euch nur Bescheid sagen, So, und, was haben wir da, Ich muss irgendwas finden Ah, das ist wegen dieser Viecher wahrscheinlich Komm, Alter, das sind's Mein Gott, wie stark ist der? Oh, ja, ja! Oh, ja! So, der ist weg Booyah! So, den haben wir ja. Okay. Wir haben sechs Fahnenpunkte bekommen. Ah. Alter, willst du mich verarschen? Du fucking Roboter. Du bist ne geile Maschine. Okay. Boah. Meine Güte. Der ist schon geil. Aber meine, der ist so nervig. Nachgeladen. Nachkommen. Das machen wir so. Das will ich auch machen. Genau. Oh. Oh. Mach ich mal Gesundheit? Okay. Mangia. So. Kannst du nicht verbissen, meine Güte. Schade, das kann man die nicht abrichten. Das ist ja auch cool. Ne. Scheide. So. Ich versuche ja diese Mission. Äh. Die Mission die ich jetzt mal machen. Aber der ist gleich fertig. Das ist gut. Yeah. Endlich. Mensch. Du bist nur einer von vielen illustrieren Gästen, die zu meiner Tea Party kommen werden. Ich habe auch Prinzessin Fassiband eingeladen. Dir hat Möpse. Das würdest du nicht glauben. Hm. Du musst du später ab. Okay. Ich warte bis die wollen die verbandeln. Noch einen. Mann. 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 wow 1111 punkte lecker am arsch das ist mein lobota und seit ich euch weiß kommt drauf auf was ihr skills der roboter wird sich anders aussehen wenn ihr skills mehr auf diese aufs hau der bestellung wird sich anders aussehen da ein bisschen und da ein bisschen wenn mich jetzt verarbeitet dann wird von beiden was haben so würde ich machen bis die letzte und dann lasse ich mir so noch einer aber muss ich warten bis der fertig ist ok so rennen wir dorthin ja der ist weg gut no problem wo sind diese ja ah ja kann jeder sich verbandeln werde auch nicht ach ne der war verbandeln man kann niemand verwalten von euch eine flesse geht mal fest schon ups ich habe ausgeschlossen ja egal mal gehen wir weiter oh ja 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 oh man so die mission haben wir ja schon erledigt leute endlich meine frise das war die am sie nervige mission gibt es noch war einfach die ganz beschissen mission aber die süd die war nicht so schlimm hey ich bin voll alles ja ich bin voll toll so diese weg von bombe lieber bekommen wir weil die welt kann explodieren und dann sei sie ja richtig in den arsch ok jay berlin so noch was ja so 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 ok ah ja wollte ich die waffen verkaufen bevor ich sie in den Krieg fest so haben wir ja schon gekauft diese Sachen nicht wollen wir also hast du nicht sterben ja genau so Also, ich soll ein paar Fallen machen, aber das Boah, alles? Yo! Gibt's noch was? Muss man jetzt nach oben gehen, wahrscheinlich. Was ist denn hier? Respekt für den Robot! So, das haben wir schon! Ich bin in falscher Richtung. So Leute, ich werde sagen, das war's für die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal und Tschüssi!